Meine Familie ist selbst vor Ort, von meiner Verlobten ist auch ein Teil unter den Trümmern. Und ja, wir warten auf eine positive Antwort, wenn auch überhaupt eine Antwort. Und ja, das ist das Problem. Man ist halt immer am Schwanken. Man versucht sich aufzurappeln und dann sinkt man wieder, weil man die News sieht. Das ist das Problem. Kurz sammelt zusammen mit anderen Freiwilligen in einer türkischen Musikschule in Berlin-Kreuzberg Spenden für die Opfer der Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Seit Montag stapeln sich in den Räumen der Schule Säcke mit Kleidung, Nahrungsmitteln und dicken Decken. Die Spenden müssen ausgepackt und sortiert werden. Eine enorme logistische Aufgabe. Ja, ab und zu mal chaotisch, weil viele auch irgendwie von zu Hause unbenötigte Sachen schnell abgelagert hatten. Aber hier hat man schon ganz klar, schnell und selbstaktiv vieles gemacht. Wir haben schon alles aussortiert. Wir haben schon auch hier Kettenreaktionen, Kettenleute auch so organisiert, die alle Sachen nochmal zu LKWs transportieren werden können. Christine ist Lehrerin in Kreuzberg. Sie packt heute mit ihren Schülerinnen und Schülern an. Wir haben gestern das Thema, die sind in der Klasse, weswegen wir jetzt gerade mit der ganzen Schulklasse hier sind und helfen. Wir haben sehr viele türkische Schüler und die wollen sich jetzt gerade einsetzen dafür, dass geholfen wird. Die Spendenbereitschaft war hier so groß, die Freiwilligen in der Musikschule mussten bereits nach einem Tag die Annahme stoppen. Aktuell warten sie auf den Abtransport der ersten Ladungen. Ortswechsel. Rund fünf Kilometer weiter, im Berliner Stadtteil Neukölln, ein ähnliches Bild. In den Lagerhallen eines Unternehmens sortieren, verpacken und beschriften Tamiya und die anderen Helferinnen und Helfer Kisten und Säcke. Wir haben 15 Palette gemacht für Flugzeug. Drei Stunden später wird es gehen. Viele private Transportunternehmen stellen ihre Kapazitäten zur Verfügung, um effektiv Hilfe zu leisten. Nach den Annahmestops für Kleidung rufen viele Vereine jetzt dazu auf, Geld, Hygieneartikel, Baby- und Tiernahrung zu spenden. Wie schnell die Hilfe ankommen wird, ist allerdings unklar. Logistische Herausforderungen in Syrien und der Türkei erschweren die Arbeit. 잘못en Sie den condesc нами? Die Säcke werden die Verantwortung stände. Meine Frau, ich glaube, aus der Mittwochs.. Ich hoffe ich bin froh und dieovle Editor-Nahme ist weiterhin ein Gespräch haben. Ich hoffe ich wissen, dass ich mich jetzt noch meinen journeyer voraus assistir. Nee, dann wo ich dasuerkundige WollЫ incoming begonnen er zu oft nä selections, Säcke dann deficiency. So, Allah, ¿verlältig ist die swift?